So, Matacheles, was kann eigentlich die Menstruationstasse oder auch die Menstruationsscheibe? Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Dr. Medconzini-Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich die Frauengesundheit wieder raus aus dem stillen Kämmerchen holen und ihr eine Lobby geben und Dinge aufklären und erklären. Wenn dir das gefällt und du sagst, das ist wichtig, das Thema, dann lass mir bitte ein Abo da und kommentiere und teile das Video ganz fleißig, dann hilfst du mir, euch besser zu helfen. Mittlerweile erfreuen sich ja solche Menstruationstassen und auch die Scheiben erhöhter Beliebtheit bei Jung und Alt und ich will heute mit euch mal beleuchten, was das hier eigentlich ist, welche Vor- und Nachteile es gibt und wie kriege ich eigentlich raus, welche Tasse oder Scheibe für mich eigentlich die richtige ist. Denn, ihr werdet es mitbekommen haben, es gibt mittlerweile unzählige Formen und Varianten. Also starten wir direkt durch. Eine Menstruationstasse ist im Prinzip nichts anderes als ein kleines, glöckenförmiges Objekt oder ein scheibenförmiges Objekt, was dazu da ist, das Menstruationsblut und das Gewebe aufzufangen. Es ist also ein klassisches Periodenprodukt, wie man es auch als Binde oder zum Beispiel den Tampon kennt. Das Prinzip ist, glaube ich, relativ logisch. Menstruationstasse, sagt der Name ja schon, ist ein tassenförmiges oder glockenförmiges Objekt. Gibt es eben auch als Scheibe, wo Menstruationsblut und Gewebe aufgefangen werden soll. Klassisches Periodenprodukt. Das Ganze ist ganz weich, man kann es also in der Hand zerbiegen, weil es eben aus einem medizinischen Silikon hergestellt wird. Seltener auch aus einem thermoplastischen Elastomer. Dazu gleich aber mehr. Den Reim müssen wir drin lassen. Und ja, es gibt hiervon ganz viele unterschiedliche Formen und Varianten und auch Größen. Und wenn man jetzt als Mensch mit Periode vor der Entscheidung steht, ich will mir mal sowas zulegen, ich möchte es mal ausprobieren, dann kommt man ganz schön in die Bredouille, denn welche Variante ist denn für mich eigentlich die richtige und welche hat hier Vor- und Nachteile in gewisser Weise? Und hier kommt immer so ein blöder Spruch ins Spiel, der aber leider einen Funken Wahrheit beinhaltet, denn so eine Tasse ist ein bisschen wie mit einem Laufschuh. Es gibt also nicht den einen Schuh, der für jeden Menschen passt, sondern man muss auch manchmal zwei, drei Paare ausprobieren, um dann den richtigen zu finden. Und mit der Tasse ist es ganz ähnlich. Kleineres Problem ist natürlich nur, das kann ich nicht einfach kaufen, mal ausprobieren und wieder zurückschicken. Beim Laufschuh geht das eben schon, sodass auch viele Frauen drei, vier Tassen zu Hause rumfliegen haben. Minimum. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Tassen ihr bereits habt. Und hier kommt auch ein weiterer wichtiger Punkt, den ich schon mal vorab nehmen möchte. Behaltet die Tassen, die für euch vielleicht gerade nicht passen, denn anatomisch und auch vaginal verändert man sich ja im Laufe des Lebens. Klar, wenn man schwanger ist und eine Geburt hinter sich gebracht hat, auch egal, ob Bauchgeburt, also Kaiserschnitt oder vaginale Geburt, sondern es passiert auch viel, wenn man zum Beispiel nur fünf Kilo zu- oder abnimmt mit dem Vaginalgewölbe. Deswegen sind die aussortierten Tassen vielleicht gar nicht so schlecht nochmal zu behalten, denn es kann sein, dass deine Lieblingstasse auf einmal nicht mehr passt, dafür aber die andere, die vor einem Jahr überhaupt nicht gepasst hat, jetzt wunderbar funktioniert. Wie ihr euch schon denken könnt, wird das Ganze vaginal eingeführt. Und hier ist es natürlich äußerst von Vorteil, dass das Ganze relativ flexibel ist, denn ich kann es mir so zusammenschnurren, dass es auch nicht viel größer ist als ein kleiner Tampon. Und wenn ich mir das dann vaginal einführe, ich jetzt nicht, sondern ich jetzt an dieser Attrappe, kommt das Ganze zum Liegen vor dem Muttermund, der Gebärmutter, sodass quasi das ganze Gewebe und das Blut in der Menstruationstasse landet. Und entsprechend wird es auch wieder entfernt. Hier gibt es aber zwei, drei Kniffe, die man beachten muss, zu denen ich aber gleich noch kommen möchte. Ein Wort noch zur Menstruationsscheibe, die ich euch hier einmal einblende. Eine neue Variante der Menstruationstasse hat den Vorteil, dass sie viel weiter oben liegt und deswegen für viele Frauen auch viel komfortabler ist. Sie kann auch eine ganze Menge Blut und Gewebe aufnehmen, manchmal sogar mehr als eine Tasse. Und sie kann auch gut entleert werden auf der Toilette. Dann kommen wir mal zum Entleeren, denn das braucht schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und ja, man kann auch mal blutige Finger bekommen. Aber Menstruationsblut ist ja auch nichts Schlimmes. Deswegen wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn man da seine Fingerkuppen mal mit Blut benetzt. Denn das Ganze kann ja nur halten, indem da ein leichter Unterdruck passiert. Wenn ich also ein medizinisches Silikon in mir aufploppen lasse, dann legt sich die Vaginalwand dort an und es entsteht ein kleiner Unterdruck. Und deswegen hält das Ganze da, wo es zum Liegen kommt und rutscht eben nicht runter. By the way, wenn es runterrutscht oder wenn du das Gefühl hast, es ist unangenehm beim Laufen, beim Sitzen, du spürst deine Menstruationstasse, dann ist es nicht die richtige Variante. Du sollst eine Menstruationstasse oder Scheibe im Alltag nicht spüren. Das ist wichtig und nur dann passt sie gut. Wenn sie irgendwie stört oder rausfällt oder was vorbeiläuft, ist es nicht die richtige Tasse. Und ich habe noch keine Frau erlebt, die nicht die richtige Tasse gefunden hat. Viele sind aber abgeschreckt nach der zweiten, dritten Variante, dass sie sagen, für mich ist das nichts, es läuft immer Blut nebenher. Aber dann ist es wahrscheinlich nur so, dass ihr noch nicht die richtige Variante habt. Wie ihr die rausbekommt, erzähle ich euch gleich noch, keine Angst. Und wenn wir einen kleinen Unterdruck haben, müssen wir den natürlich auch erstmal lösen. Also hier unten ist zwar so ein Nupsil dran, wo man dran ziehen soll und kann, bei den meisten Tassen. Aber wenn ihr das jetzt gegen den Unterdruck macht, dann kann das ordentlich wehtun und erzeugt auch so einen starken Unterdruck, dass unter Umständen auch der Beckenboden sich mal melden kann. Auch das ist ein Punkt, zu dem ich gleich auch noch kommen möchte. Wichtig ist also, bevor ihr die Tasse rauszieht, dass ihr den Unterdruck löst. Und das passiert genauso wie bei einem Saugnapf, den ihr irgendwo am Spiegel kennt. Irgendwie muss Luft in diesen Unterdruck kommen. Und das passiert am besten, wenn man hier einfach leicht drauf drückt. Und schon zieht die Tasse Luft, der Unterdruck ist weg und dann könnt ihr parallel rausziehen, die ganze Tasse oder eben auch die Scheibe. Und bei der Scheibe gibt es eben den Vorteil, dass man das auch machen kann, während man auf der Toilette sitzt. Man muss sie also nicht komplett herausnehmen. Profis, beziehungsweise diejenigen, die jetzt auch nicht so viel Angst haben, mal einen blutigen Finger zu bekommen, machen das übrigens auch mit der Tasse. Sie lösen also den Unterdruck, kippen das Ganze ein bisschen und das Blut läuft dann aus der Tasse in die Toilette rein. Wichtig ist natürlich, saubere Hände zu haben, also vorher und nachher gut waschen. Aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Wie viel passt hier überhaupt rein? 30 bis 50 Milliliter laut Hersteller ist es bei einer Tasse. Und bei der Scheibe gibt es sogar Varianten bis zu 75 Milliliter. Ist also auch eine gute Variante für Frauen, die jetzt etwas stärker Blut und einfach ein größeres Fassungsvermögen brauchen. Und auch wie beim Tampon und auch wie bei der Binde sind Periodenprodukte relativ regelmäßig zu wechseln. Hersteller sagen 4 bis 12 Stunden. Ist immer ein bisschen davon abhängig, von wem ihr so eine Tasse gekauft habt. Steht aber in der Packungsbeilage. Dennoch ist empfohlen, dass man alle 6 bis 8 Stunden die Tasse entfernt. Aufgrund des Risikos, des potenziellen Risikos eines Toxic-Schock-Syndroms. Deswegen fährt man ganz gut, wenn man alle 6 bis 8 Stunden die Tasse so oder so wechselt. Auch wenn man jetzt einen schwächeren Tag hat oder wenn man eh nicht so viel blutet. So, jetzt kommt die Gretchenfrage. Wie finde ich denn jetzt die richtige Tasse für mich? Und was mache ich nach einer Geburt und nach einer Schwangerschaft? Im Prinzip sind die Parameter, die dabei wichtig sind, die Länge der Vagina. Die Höhe des Muttermunds und wie ihr hoffentlich selbst schon mal ertastet habt, ändert sich das ja auch im Laufe des Zyklus. Zur Periode kommt ein Muttermund einfach ein bisschen tiefer in die Vagina rein. Also die ganze Gebärmutter senkt sich ab. Und deswegen ist auch der Status Quo, wenn ihr das dann ausmesst, in Anführungszeichen, das zur Periode zu machen. Damit ihr wisst, okay, hier ist mein Muttermund maximal weit tief und jetzt habe ich auch die exakte Länge meiner Vagina. Außerdem ist natürlich wichtig zu wissen, wie weit ist meine Vagina. Und das unterscheidet sich erheblich. Nicht nur individuell, sondern auch, wenn du schon mal schwanger warst oder auch vaginal geboren hast, ist die Weite natürlich entsprechend größer. Außerdem ist es auch abhängig davon, wie, ja jetzt lacht ihr wahrscheinlich, aber wie trainiert die Vaginalmuskulatur ist. Denn die Vagina ist nichts anderes als ein großer Muskelschlauch, wenn man so möchte. Und es gibt Frauen, die da sehr trainiert sind und deswegen ist das alles sehr straff. Also kommt man nicht umhin, einfach bei sich selbst mal mit sauberen Fingern zu tasten. Und hier gibt es wahnsinnig viele Websites und auch Formulare und wo man sich durchklicken kann, wo man am Schluss auch eine Produktübersicht bekommt, die Tassen könnten für dich die richtige sein. Verlinke ich euch unten in den Shownotes, dann könnt ihr da euch mal durchklicken, mal so einen Fragebogen ausfüllen und gucken, welche Varianten da für euch vielleicht rauskommen. Trotzdem muss man leider es ausprobieren und ja, es gehört einiges an Übung dazu. Ich sage immer, das ist auch ein bisschen so wie mit Kontaktlinsen. Ich habe keine Kontaktlinsenträgerin gesehen, die hingeht und sagt, so, erste Mal, zack, zack, fertig. Nicht, sondern es ist am Anfang ganz schönes Gefummle und ähnlich ist es mit so einer Tasse. Aber auch hier, wenn man das gut kann und wenn man darin geübt ist, dann ist das irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen und man denkt überhaupt nicht mehr drüber nach und kann das fast blind auf der Toilette zum Beispiel machen. Kommen wir zu den Pros und Cons einer solchen Menstruationstasse. Was für Vorteile gibt es hier eigentlich? Ich glaube, das erste, was nahe liegt, ist es ein Mehrwegprodukt. Also ich kann es fünf bis zehn Jahre laut Hersteller bei guter Pflege benutzen. Und das ist natürlich ein extremer Mehrwert, jetzt nicht nur ökologisch, sondern eben auch, was den Müll betrifft. Also hier werden ungefähr 2000 Einmalprodukte, Binde, Tampon eingespart, was natürlich auch ein Kostenfaktor ist. So eine Tasse kostet natürlich im Einkauf erstmal ein bisschen mehr Geld, zwischen 9 und 30 Euro. Es gibt sogar teurere Varianten, damit kann man rechnen. Ist also erstmal eine Investition, die sich aber auf fünf bis zehn Jahre natürlich etabliert hat und dann auch rechnet. Also eben auch eine Maßnahme einzusparen. Weiterer Vorteil, es ist unsichtbar. Du kannst also im Bikini, im Schwimmbad, im Jogginganzug oder auch in weißen Arztkitteln, Ärztenkitteln rumlaufen, ohne dass jemand mitbekommt und dass du Angst haben musst, dass da irgendwas daneben läuft. Vorausgesetzt, sie passt gut, die Tasse, und fällt dir nicht aus der Hand. Denn der Unterdruck wird dafür sorgen, dass sie festsitzt. Ist die Tasse eben nicht passend, kann es sein, dass der Unterdruck entweicht und natürlich Blut daneben herfließt, was nicht Sinn der Sache ist. Also Grundvoraussetzung für die Zufriedenheit auch der Anwenderinnen ist, dass die gut passt. Wie ist das eigentlich beim Geschlechtsverkehr? Muss ich eine Tasse rausholen vom Geschlechtsverkehr? Im Prinzip ja. Weil die Tasse sitzt ein wenig tiefer als zum Beispiel die Scheibe. Und sie ist ja auch ein wenig länger als die Scheibe. Die Variante zum Beispiel hier ist relativ kurz. Es gibt auch Tassen, die sind nochmal das Doppelte so lang und haben da noch ein Ponüppel. Und wenn er natürlich die Vagina und den Penis aufnimmt, kann es sein, dass er dagegen stößt, was natürlich das Ganze nicht mehr so spaßig werden lässt. Deswegen ist da auch wieder ein kleiner Vorteils-Pluspunkt, sage ich mal, bei der Scheibe, weil die einfach höher liegt. Und damit kann man eben auch Geschlechtsverkehr haben, ohne dass sie oder er es merken. Ein weiterer Vorteil bei der Menstruationstasse und Scheibe ist, es führt nicht so zum Austrocknen der Vaginalwende und des Vaginalsekrets. Ich habe euch bei Instagram mal so ein Vorher-Nachher-Bild gezeigt. Ich habe eine Patientin vorher das Vaginalsekret angeschaut, unter dem Mikroskop, weggeschickt mit dem Tampon, zwei Stunden wiedergekommen, dasselbe nochmal gemacht. Und man sieht einfach einen krassen Unterschied von der Vaginalflora, weil alles weggetrocknet und weggesaugt wurde. Das bedeutet, das habe ich auch in dem Video erklärt, nicht unbedingt, dass man sofort einen Infekt bekommt. Aber klar, wenn weniger Immunzellen und Döderleinstäbchen da sind und man eh dazu neigt, kann es schon sein, dass man mit dem Tampon einfach mehr Vaginalinfekte bekommt oder auch mehr Reizung verspürt. Das Ganze passiert mit einer Menstruationstasse oder auch einer Scheibe eher weniger. Es gibt auch Frauen, die da sehr empfindlich auf so einen Druck reagieren oder auch wenn die Tasse ein bisschen zu groß ist und es drückt in die Vaginalwand rein, dass die so leichte Blessuren davon tragen und unangenehm es sich anfühlt. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dann ist das nicht die richtige Tasse. Sodass man schon sagen muss, dass es für die vaginale Gesundheit auch das bessere Produkt ist. Viele haben Angst, dass da jetzt sich irgendwelche Stoffe lösen oder dass da irgendwas Krebserregendes mit drin ist. Hier hat die Stiftung Warentest oder im Öko-Test auch geguckt und sich viele Produkte angeschaut und unterm Strich gesagt, die aller, aller, allermeisten Produkte sind wirklich Öko-Test gut. Also hier kann man bedenkenlos auch diese Menstruationstasse oder Scheibe nutzen. Den ganzen Öko-Test, Stiftung Warentest, habe ich euch unten mal verlinkt. Da könnt ihr auch gucken, ob vielleicht das Produkt dabei ist, was nicht so hundertprozentig gut abgeschnitten hat. Dann könnt ihr da schon mal weiter eure Auswahl finden. So, jetzt sind noch viele Fragen offen. Ich weiß, was ist, wenn ich eine Spirale nutze? Was ist eigentlich mit meinem Beckenboden durch den Unterdruck? Mache ich da irgendwas kaputt? Kann ich das Ganze auch benutzen, wenn ich noch nie Geschlechtsverkehr hatte? Oder sowieso relativ einen engen Vaginaleingang habe? Etc, etc. Viele, viele Fragen, die jetzt noch auf eurer Seele brennen, die ich aber in einem extra Video besprochen habe, wo es wirklich unserem reines Praxis-Q&A, die häufigst und meistgestellten Fragen zur Menstruationstasse in meiner gynäkologischen Praxis, das dürft ihr euch hier gerne mal anschauen. Wenn ihr jetzt bei dem Thema Vaginalinfekt aufmerksam geworden seid und merkt, oh, ich habe das ganz oft, dann dürft ihr euch das Video hier unten einmal gerne anschauen. Da erkläre ich genau, was ist da eigentlich los und was kann man dagegen tun. Sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß und Tschüssi Kowski!